Dieses Erlebnis jetzt mit meinen Malen, das ist sogar noch stärker als das, was ich als Sehende hatte. Das befreit mich von allen Zwängen, die ich in mir spüre und da gibt es keine Grenzen. Zurück ins Leben mit OrCam, dem revolutionären Gerät für blinde Menschen. OrCam liest Texte vor, erkennt Gesichter, Geldscheine und Produkte. Kaffeepause. Erfahren Sie mehr auf orcam.com.de Kaffeepause.